Zurück in Foublaine, wo am Wochenende die Europameisterschaft im Truck-Trial stattfindet. Vorher müssen alle Fahrzeuge durch eine technische Abnahme. Dorthin ist Julia unterwegs, am Steuer des 700 PS starken Wettbewerbsfahrzeugs. Guck, also, die Sündung ist hier, ist schon an, Foublaine drücken zum Starten und dann hier den Startknopf. Wir halten uns fest. Haltet euch fest, ich bringe euch jetzt um. Die Piste ist steil und voller Schotter, aber genau das ist die Herausforderung. Die Champions wollen sehen, ob das Trucker-Babe auch so etwas meistert. Ich fahre hier richtig langsam und vorsichtig. Von gestern hier einige richtig durchgebrettert. Jetzt fahren wir hinter der Stange rum. Hinter der Stange? Ja. Oh, wow. So. Das sind jetzt die Sektionen hier rechts. Das sind die. Da fahren wir mal. Also hier siehst du die Löcher. Ja. Oh, oh. Zehneinhalb Tonnen und drei Achsen am Anschlag. Wir fahren ein bisschen rechts runter. Ja, weiter rechts. Die kommen ja vorbei hier, oder? Ja, ja. Hier kommt eigentlich, ja. Dann können wir eigentlich mal abstellen. Ja. Okay, fresh. Da ist jetzt unser Büromobil. Mh. Ja, und wir kriegen hier jetzt nicht nur die Unterlagen. Wir haben eine kleine Überraschung auch für dich vorbereitet. Wenn du möchtest, kannst du mit deiner Unterschrift morgen der zweite Beifahrer bei uns sein und in der Mitte sitzen. Und mitfahren im Wettbewerb. Echt jetzt? Ja. Ja, dann Stift und Blatt. Echt jetzt? Das darf man? Wir können dich melden. Ja. Und bist du ganz offiziell im Team. Ja. Und kannst du uns vielleicht auch wertvolle Tipps noch geben? Ja, bestimmt. Also wir können ja zu dritt ins Fahrzeug. Also mit deiner Fahrer gehört, wenn man das sammelt hat, dann... Ich hab das bestimmt. Die beiden Europameister sind seit der Überführung von Julias Trucker-Qualitäten überzeugt und wollen sie im Team haben. Sechs Augen sehen eben mehr als vier. Ja, ich bin gerade mega begeistert und mega happy. Hätte jetzt nicht erwartet, dass ich bei so einer Europameisterschaft einfach mal in der Mitte sitzen kann und mittendrin im Geschehen. Von drinnen ist das Ganze nochmal ganz anders zu beurteilen, wie von draußen. Finde ich geil, dass die Jungs so angefragt haben, sich da so eingesetzt haben, dass ich das darf. Mit ihrer Unterschrift ist sie jetzt offiziell die zweite Beifahrerin. Ein echtes Abenteuer für das Trucker-Babe. Also gefährlich ist natürlich der Sport immer irgendwo. Man kann in Schieflage gelangen, man kann mal auf der Seite liegen, man kann auf dem Dach liegen. Aber normalerweise sind wir ja relativ langsam unterwegs und wir sind gut geschützt im Käfig. Wir haben natürlich auch Helme auf, deswegen sollte eigentlich nichts passieren. Wir schauen uns dann natürlich zu dritt auch die Strecke vorher an, wie wir fahren und machen uns dann den Weg durch den Parcours. Und dann sehen wir auch schon, wo es vielleicht ein bisschen knifflig werden kann. Das sehen wir dann morgen. Zwei Europameister und ein Trucker-Babe. Ob dieses ungewöhnliche Trio den Geschicklichkeitswettbewerb in Frankreich gewinnen kann? Ich hab immer wieder Bock auf solche neuen Herausforderungen. Da zieh ich mit. Dabei sein ist alles und ich bin dabei. Vergess den Verkehr in Paris. Das hier ist Adrenalin. Zurück im französischen Foublaine. Morgen findet hier das größte Lkw-Geschicklichkeitsturnier Europas statt. Der Truck-Trial. Besonders wichtig am Tag davor, die technische Abnahme. Eine Art Generalprobe. Servus Jürg. Moin Moin. Auf geht's zur Bremsprobe. Seid ihr soweit? Jawohl. Also checken wir's. Julia fährt. Ich fahr, dass du Bescheid weißt. Gut. Julia hat den Truck unbeschadet und souverän nach Frankreich transportiert. Das hat die beiden Europameister überzeugt. Das Trucker-Babe gehört jetzt offiziell zum Rennteam. Heute am Steuer, morgen als Beifahrer. Oh Gott. Weiter. Oh mein Gott. Weiter, weiter, weiter. Passt. Alter, was ist hier los? Okay. Junge, was geht hier ab? Okay. Okay. So, soll ich ein bisschen schneller fahren oder wie macht ihr das immer? Lässt einfach wollen und gleich stoppst du hier vorne. Okay. Du sagst dann, nicht stoppen. So, jetzt machst du den Stopp. Gut. Was jetzt die Handbremse? Handbremse anziehen. Und Fußbremse lösen. So, perfekt. Dann können wir jetzt weiterfahren. Wie oft muss man das gemacht haben, dass man sich an sowas gewöhnt? Dass das so funktioniert? Zehn Jahre. Davon ist Julia noch zehn Jahre entfernt. Aber Übung macht den Meister. Also man kommt total ins Schwitzen, sag ich so, wie es ist. Ich bin kein Schwitzemensch, aber wow, das ist echt schon nicht ohne. Aber es macht halt Laune, ne? Es macht echt Laune. Es ist unfassbar. Okay. Also wenn hier vorne, wenn es wieder steil ist, geht es wieder in die Bremse. Dann machen wir die Handbremse, dann lässt die Fußbremse los. Okay. So, jetzt. Gang raus, Handbremse anziehen. Und Fußbremse gelöst. Alles klar. Ja, perfekt. Warte. Ja. Das Gefühl. Du kannst auch mit Gas geben. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Boah, da ist ja ein Hang. Ich habe gar nicht gesehen. Und dann gleich hier einreihen. Das ist gleich ein Schrappname. Tut. Normalerweise besteht ein Team aus Pilot und Co-Pilot. Morgen ist auch noch ein Trucker-Babe dabei. Also. Super. Und? Das hat geklappt. Julia, das hast du gut gemacht, beziehungsweise der Wagen. Also, jetzt bekommt ihr für die Bremsprobe, dass sie bestanden ist, hier euer Kreuz auf dem Laufzettel. Und dann müsst ihr gleich noch zur weiteren technischen Abnahme. Dort geht es dann um die Fahrzeugabmessung und die Modifikation. Gute Sache. Danke dir. Danke schön. Bis später. Bis später. Bis später. Sportkommissar Armin checkt das Fahrzeug. Jede Unachtsamkeit kann gefährlich werden. Die umgebauten Trucks haben Forstreifen und mit Stahl verstärkte Stoßstangen. Auch die Sitze sind Spezialanfertigungen. Also, dieses Fahrzeug ist natürlich exzellent. Der ist wirklich in einem perfekten Zustand. Da haben wir auch schon mal andere gesehen, ja. Also, gerade was so Fahrzeuge sind, die auf alten Militärfahrzeugen aufgebaut sind, da hat man dann eher schon mal Diskussionen. Aber hier ist es eigentlich perfekt. Unterschrift drunter. Alles startklar. Ja, wir hatten gerade die technische Abnahme. War klasse. Fahrzeug ist durch. Es war alles geprüft. Feuerlöscher waren aktuell. Wir waren auch gut vorbereitet. Es war vorauszusehen, dass wir durchkommen. Danke, Armin. Und, Stefan, wir sehen uns morgen. Ja, ich bin froh, dass die technische Abnahme positiv verlaufen ist. Es ist alles gut soweit. Das heißt, ja, die Jungs müssen Gas geben, dass wir vielleicht den Titel mit nach Hause nehmen. Wäre natürlich genial. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und lasse mich einfach überraschen. Besteht Julia den Härtetest? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020